Hey Pyros und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute gibt es für euch die Kinaböller A von Niko Feuerwerk im Test. In einer Packung sind sechs Stück enthalten und die NEM für die gesamte Packung beträgt 2,4 Gramm. Schauen wir einmal rein wie die einzelnen Böller aussehen. Hier kommt einem gleich das Pulver entgegen, sehr angenehm. Ansonsten ziemlich weich, also die kann ich hier zusammendrücken ohne Probleme. Sehen wir mal ob die Teile trotzdem halbwegs vernünftig knallen. Viel Spaß bei der Zündung. kenntnis policies Das war's für heute. Das war's für heute.